Hallo, mein Name ist Lars Wicke und heute will ich euch unsere neue Kärrmaschine vorstellen. Insgesamt haben wir jetzt drei Kärrmaschinen, davon zwei mit jeweils Hochdruck. Fangen wir direkt auf der linken Seite an. Hier haben wir unseren ersten Saugschacht, den haben wir auf der rechten Seite auch nochmal mit jeweils zwei Tellerbesen. Das heißt, wir können auf beiden Seiten jeweils arbeiten für die perfekte Reinigung. Hinten am Heck haben wir unsere Flächenabsaugung. Hiermit können wir mit Hochdruck nochmal die reinigten Flächen staubfrei waschen. Ganz hinten am Heck haben wir noch unseren Saugschacht. Hiermit können wir Gullis und Schächte aussaugen. Also auch perfekt für den kommunalen Einsatzbereich brauchbar. Falls ihr noch Fragen habt oder selber eine reinigte Fläche haben wollt, ruft uns an. Mensch, wir schaffen was!